Sie planen Ihren Markteintritt in Asien oder suchen einen Vertriebspartner für die USA? Dann hallo und herzlich willkommen bei GO International, dem Exportförderprogramm Österreichs. Auf unserer Website finden Sie zahlreiche Erfahrungsberichte mit hilfreichen Tipps von Unternehmen für Unternehmen. Klicken Sie einfach auf den gewünschten Kontinent und lesen Sie exklusive Exportstories österreichischer Unternehmen. Erfahren Sie zum Beispiel, welches Unternehmen das erste zertifizierte Büropassivhaus nach China gebracht hat oder welche Stolpersteine eine österreichische Designfirma in Russland aus dem Weg räumen musste. Für Ihren Erfolg nützen diese Unternehmen das weltweite Netzwerk der Außenwirtschaft Austria und die finanzielle Unterstützung von GO International. Wir unterstützen auch Sie gerne bei Exportprojekten und freuen uns auf Ihren Anruf. Denn vergesst Sie nicht, Ihr Markt ist größer als Sie denken. Rund um Ihr Unternehmen leben rund 8 Milliarden Menschen.